Es hat mich allgemein gemacht, wir legen uns alle in Gefahr. Katja und Duck, es war alles ich. Es war alles ich. Die Frau hat mich ein bisschen angepisst, das war ein behindertes Kommentar. Die kann doch nicht auch nicht voten, nein. Nein, of course you do, no, of course you do, fuck, keine Ahnung. Scheiße, ich weiß doch nicht. Ben's nice, he's my friend. We don't leave friends behind. That's my vote. On second thought, I think I'm gonna abstain. Lee? Gonna abstain. Ben says we got... What the fuck? Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, wir müssen doch hier rauskommen, nicht rumvoten. Hey, Junge. Ups. Das ist Klamotan. We got a shot. We got a shot. Super. Super. Super, super. Best. Best. Hey, lass dir mal voten. Statt das rumstehen. Nichts tun. Gott, nee. Gott, nee. Ja, super geil. Wahnsinn. Wer ist das? Ist das jemand hinten zurückgeblieben? Nein. Jetzt sind wir alle da. Was bringt es die Tür darin, gegen die Angel zu hauen? Wenigstens hauen sie sich nicht mehr die Köpfe ein, weil... Es ist halt jemand gestorben, weil sie Demokratie wollten. Hi. Du bist auch noch ein bisschen. Ihr habt auch noch alle in die Stimme, wenn ihr wollt. Die Tür zu. Wir müssen dann schon das ganze Land abstimmen lassen. Hey. Bisschen Demokratie. Er liegt da am Boden rum. Ja, geht die noch überhaupt? Da ich wieder rumballern jetzt. Use the left stick together way. Okay. Äh, schießen. Oh, jetzt witz. Das wird ein bisschen Elgo-Shooter-Manier. Ah. Bam. Ja, weil das... Mich kocht das an, dass ein Spree gestorben ist, weil die Idioten voten müssen. Und weißt du, wer auch ein Idiot ist? Aua. Oh shit. Äh. Ja. Ja, helft mir vielleicht jemand. Helft mir vielleicht jemand. Hallo. Hallo. Komm runter. Nimm's. Nimm's. Nimm's raus. Nochmal. Nimm's raus. Nochmal. Hoch, 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 hoch. Pisser. Runter. Nimm dein Bein raus. Das ist ja sehr schwer. Ja, Junge. Beeil dich jetzt. Oh. Wieso hilft mir keiner? Warum kommen die von oben? Da ist noch ne Tür. Die lassen mich zurück. Die Pisser lassen mich zurück. Ich bin jetzt bald am Killing Spree. Fucking legendary. Multikill. Bam. Backstab. Doppel Damage. Nee, die lassen mich zurück. Die ist halt... Ah. Danke für die Helfe. Danke für die Helfe. It's all right, Clay. I'm fine. Any way out of here? This leads to the road. We might be able to find a way down from there. You didn't come into town from the railroad, did you? Yeah. Why? Never mind. I can see the sewer where we came in from here. I think we can do this. Well, what are we waiting for? Go, go! Du, das... Ich hab... Nee, es ist behindert. Dieses... Demokratie... Shit. Ja, lauft halt zu jetzt. Wir haben Molly dabei, die findet einen Weg aus allem überall. Wer ist es? Shit! Soll ich ihn retten? Ja, ja, ja. Fuck. Da baumelt einer! Oh neee, er darf jetzt nicht sterben. Der will nicht mehr leben, oder? You have to go, now! Come around, Ben! Come on! Let go, dammit! Get Clem and the others out of here! Please. Please. I will go, now! Let me go. Is this behind? Ist es behindert? Wow, ich habe sein Leben gerettet. Why? Halt Smallins weiter. Keine Ahnung warum. Nee. Nee. Krista? Ist alles okay? Omid, Omid. Ist er tot. So gut wie. Wieso ist er noch kein Zombie? Hold on. Ist er tot? Krista, nicht! Bleib zurück! Ich sollte dich nie verlassen. Ich bin sehr sorry. Krista, geh weg von ihm! Hey. Wie geht's dir, Mann? Back already? Ja, ist ein bisschen Penta. Wir haben dir die Medizin. Gut. Ich fühle mich, dass ich etwas verwenden kann. Du bist okay, Kind? Du wirst es schwerer als ich. Wir haben fast nicht rausgekommen, wegen dieser Scheiße. Wir haben die Chance. Wir haben die Chance. Als ob das... Junge, das ist trotzdem ein Leben. Wenn jemand anderes erzählen. Ich habe Arbeit zu tun. Okay. Mit ein wenig Glück. Du solltest bald besser fühlen. Ich bleibe hier für ein paar mehr Stunden, um ihn zu checken. Lass mich wissen, ob du nichts brauchst. Danke, Doc. Ja. Vielen Dank. Vielleicht ist jetzt ein gutes Zeit für dich und ich, ein bisschen zu sprechen. In privaten. Das ist doch nicht normal. Will der jetzt mit, oder? Weißt du, die ganzen... Ja, ich bin... Ich... Es ist so behindert, dass die Brie gestorben ist. Es tut mir so ultra laut, dass die Brie gestorben ist. Weil die Leute zu dumm sind, zu checken, was... Es war nichts, was du getan hast. Der Typ hilft uns. Was? Ich fühle nicht viel. Ich meine... Ich fühle nicht genug. Ich sollte nicht verbraten, was zu ihr passiert. Das ist so, wie ich war, als ich meine Daughter verloren habe. Als ich meine Freunde in den ersten paar Wochen verloren habe. Aber jetzt... Es ist so, dass ich so etwas wie das in Streich genommen nehme. Wie das ist, was unsere Welt ist. Oh, shit. Es ist so, dass ich mich nicht verraten habe. Was wollte ich mit mir erzählen? Ich weiß, dass du dich interessierst. Ich weiß, dass du dich interessierst. Jeder kann das sehen. Und ich weiß, dass du die besten ist. Aber diese Planung ist, dass du alle auf eine Bote mit keinem Bezug auf eine Bezug auf. Du wirklich glaubst, dass du die beste Chance findest, wo sie sicher sein kann? Weil ich nicht. Also, ich will dir einen Anbieter machen. Was für eine Anbieter? Ich werde sie von dir ausbreitern. Sie kommt zurück mit mir, mit meinen Leuten. Wir sind gut geplant, gut geplant. Und viele haben uns auch Kinder von unseren eigenen. Und jetzt, wenn Crawford's fallen, wir haben nichts mehr zu schwarzen von ihnen. Sie wird sicher mit uns. Sie wird sicher sein, wenn sie mit dir bleibt. Ich versuche es dir. Das ist das, was du willst. Ist nicht wahr? Dass du sicher bist? Du kommst auf mich mit viel hier, Vernon. Du musst es übernehmen. Natürlich! Geh dein Zeit. Aber ich möchte dich über ein paar Dinge denken. Du bist ein guter Mann, Lee. Du hast die Leute geschützt, wie du so kannst. Und sie sehen dich auf dich. Wahrscheinlich so. Aber es ist anders mit einem Kind. Du hast sie so weit gebracht, aber später oder später, du kannst du mehr, als du sie kannst. Entschuldigung. Ich bin sorry, wenn das schwer zu hören ist. Aber es ist die Wahrheit. Ich empfehle dich, Vernon. Lass mal darüber nachdenken, okay? Du machst das. Dann ist alles, was in dem Game gut ist, weg einfach nur. Bist du auf Molly, vielleicht. Hey, gehst du irgendwo? Ja, ich bin überrascht. Ich wollte nur Danke sagen. Für alles. Es hat Spaß gemacht. Geht's jetzt ganz, oder was? Geht's jetzt ganz, oder was? Was sagst du jetzt? Kinney arbeitet jetzt auf dem Boot. Ich dachte, du wärst mit uns gekommen. Gott weiß, du erinnst. Ja, ich habe es überrascht. Es ist nicht für mich. Es klingt, als wäre es ziemlich großartig. Und ich mag das Wasser. Bist du sicher über das? Shit, das ist die auch noch weg. Ich rede gerade über Clementine, dass sie weggeht. Hör, ich bin nicht viel für Glück. Hilf die anderen vor mir? Klar. Du hast dich auf dich selbst, Mommy. Du auch, Lee. Wow. Bisschen eine Umarmung. Das war ungefähr die erste... Und du bist sicher, dich auf dich auf diese kleine Mädchen zu nehmen. Du weißt, sie denkt der Welt von dir. Gut Glück. Das erste Mal irgendwas voll geil ist in dem ganzen Game. Eine fucking Umarmung. Best thing ever happened in The Walking Dead. Sie sahen Napkins Let's Play. Sehen Sie nun ein heißer Stuhl. Ah!